Schöntgen ist eine Initiative von Leuten, die sagen ihnen ist Kirche, ihnen ist Glaube wichtig und die anfangen etwas zusammen zu starten. Wir wählen die Weise der Heiligkeit. Heiligkeit bedeutet, dass du von Gott liebst bist und du komplett zu ihm gehörst. Diese Heiligkeit führt uns zu der vollen Leben und zu sein, als Kinder von Gott zu sein. Und alle Morgen, wenn ich mich aufrufe, lebe und lebe und lebe. Eine Kirche ohne Maria ist ein Orphanat. Ein christianer hat nicht recht zu sein Orphan. Wir haben eine Mutter. Wir haben eine Liebe. Wir haben viele Dinge zu tun. Es ist wichtig, dass wir die Liebe und der Gesellschaft haben. Wir hoffen, dass alle sich in der Kirche zusammenbinden, um die Schöntgen. Wir haben eine Musik in der Kirche. Wir haben eine Musik in der Kirche. Wir haben eine Musik in der Kirche.